Fürs Logistikzentrum in Jack City wird ein neuer Stapler geliefert. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, vorsichtig ablassen. Leider läuft nicht alles nach Plan. Ihr seht gleich, was passiert, wenn die Männer mal nicht aufpassen. Au, au, mein Fuß ist eingequetscht, mein Fuß, meine Füße, ich kann mich nicht bewegen. Au, au. Ich bin eingequetscht, ich bin eingequetscht unter dem schweren Stapler. Oh, Entschuldigung. Dann fahre ich mal wieder vor. Geht's wieder? Oh, nein, nein, ich hab alles gebrochen. Wart, ich bring dich schnell zur Ambulanzwache. Keine Sorge, ich fahre schnell mit dem Stapler in die Ambulanz. Ein LKW fährt rückwärts an ein schweres, schweres Eisenrohr, sieht es nicht. Und damit passiert gleich noch ein Unglück. Oh, nein, ein echter Unglückstag. Das Rohr ist zu schwer, der Stapler kann uns nicht bewegen, wir müssen einen Kran holen. Zufällig war der Hitachi-Bagger um die Ecke, der kann uns helfen. Achtung, das wird ja sein bisschen schmerzhaft. Zufällig liefen noch zwei Passanten, die Oma mit gerade noch einem verletzten Kind über den Platz. Upsi, oh, ich muss die Oma und das Kind noch schnell befreien. Schnell rüberfahren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh wieder fallen lassen. Oh, Entschuldigung, aber längst. Rein damit. Schon wieder fallen lassen. Ich will lieber mal hier schön da rein. Keine Überraschung, wer guckt denn da um die Ecke? Oh, ein Anosaurus, was ein seltener Gast. Alter, Alter, da geht es nicht weiter. Er holt sich das Kind. Er hat das Kind. Oh nein, da hatte sich noch ein Saurier versteckt, ein Kanotaurus. Der Geruch lockt weitere Raubsaurier an. Isch, wie es, wie es! Oh nein, da ist ein Knie. Oh nein, da ist es, wie es. Oh nein. Oh nein, da ist es. Oh nein, da ist es. Untertitelung des ZDF, 2020